Gibt es eigentlich eine neue Folge von iRacing Not Top 10? Da müssen wir halt nochmal eine alte Folge gucken für zwischendurch, um was zum Lachen zu haben, wa? Schauen wir doch mal, was hier bei iRacing Not Top 10 im Februar passiert ist. Oh, hier ist aber Handgemenge. No, no. No. Er wird abgeschossen, oder? Wird abgeschossen? Boah, das ist aber ein richtiges Handgemenge hier. Oh, lol, im Rückspiegel ist ja auch noch einer. No, der quetscht nicht noch einer rein. Kommt der vorbei? Nein, er hat den Kürzeren gezogen. No, no. Boah, da ist ja richtig Handgemenge. Nein, nur der hat die Plätze verloren. Das ist ärgerlich. Haha. So eine Scheiße. Überleg mal, bis eine halbe Runde am Machen und Tun. Kommst nicht vorbei. Und dann kommt irgendeiner und schleicht sich da rein. Was ist denn Kacke, ey? Nein. Oh, Andi ist eine Lieblingsstrecke hier. Oh, oh, no. Oh, was kommt jetzt? Wird da gezündet? Oh, der macht aber auch zu. Oh, der verteidigt wie ein großer Junge. Ganz dicken hintereinander. No. Und er kommt super raus. Oh, der kommt so gut raus. Über die Außenbahn? Oh, no. Oh, nein. Der kommt. Oh, was? Der hat den doch überholt. Oh, wild. Der hat den einfach noch überholt. Auf den letzten Drücker. Oh, das sind aber wirklich sehr gute iRacing. Not Top 10. Ach so, das sind ja auch Top 10 Highlights. Nicht Not Top 10. Ah, das könnte es eventuell erklären, warum die alle so gut sind. Das könnte eventuell erklären, warum die alle so super sind. Boah. Okay, gut. Naja, du. Man kann es sich ja mal vertun. Okay, Three Wide Bus Stop. Wild. Hat es funktioniert? Nee. Wow. Wow. Der hat die beide noch gesnackt. Oh, aber das ist richtig fair hier. Oh, der hat die halt beide noch gesnackt, der Lümmel. Wow. Oh, was kommt jetzt hier? Wird das auf der geraden, so ein Ding? Oh, der liftet? Okay. Also kommt auf der geraden Attacke jetzt. Oh, der vorne gibt auch wirklich alles. Oh, was kommt jetzt? Oh, was kommt jetzt? Was? Oh, der war's? Oh, der war's ein Finish, Junge. Oh, der war's ein Finish, Junge. Oh, die top 10 sind ja richtig geil. Wow. Wow. Oh, was kommt jetzt? Oh, was kommt jetzt? Durchgeschoben. Oh Gott. Oh Gott, ich seh den. Ich seh den jetzt an beiden vorbeigehen. Der hat einen super Exit und geht einfach an beiden vorbei. Oder? Ah, das ist ja steinalte Mustern. Okay, okay, okay. Boah, aber die Fights sind ja richtig geil. Oh, der macht zu. Oh, der hat aber noch früh genug reagiert, alles klar. Ist der vorbei? Und jetzt holt er sich den anderen noch? Boah, was? Der ist immer noch da. Oh, was ein Feind, ey. Oh, was? Booth. Nee, was? Wow. Der Kommentator ist ja geil. Oh, was? Was? Wow. Uuuuh. Alter Verwalter, das war ja richtig knapp. What? Das ist... LOL. Das war unentschieden? Holy moly. Ich habe das Gefühl, das wird gleich wild in Aquaminerale. Oh, die Dinger gehen aber ab wie ein Schnitzel, Junge. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, der hat besser einen Exit. Oder? Nee. Oh, er lässt den ziehen. Switcheroo. Oh. Oh. Kommt, zieh, Junge. Oh, was ein Feind. Nooo, den hat er nicht gekriegt. Alter, was ein Feind, Junge. Wild. Oh, was kommt jetzt? Okay, ab durch die Mitte, Brigitte. Ich würde mal behaupten, das Auto ist am Limit, so wie das aussieht. Ey, Open Wheeler geht echt ab, oder? Also, es sieht sehr interessant aus. Boah, die sind... Boah, er ist vorbei. Kommt ja nochmal der Gegenangriff? Uff. Oh, was ist denn das? Lotus. Oh, hey. Der Kommentator ist ja richtig geil. Boah, der ist mal richtig knapp. Holy Moly, Junge. Wow. Uh. Also, iRacing, äh, äh, Top-10-Highlights ist ja aber auch mal ganz, äh, anders interessant. Tönerland. Bis zum nächsten Mal.